Nein, es ist sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Und da bin ich natürlich immer froh, wenn ich dann für meinen Kunden das absolut Beste herausholen kann. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch an unser erstes Gespräch erinnern, wo ich zu Ihnen sagte, fair bleiben, genau, fair bleiben, das ist mein Motto. Das freut mich aber sehr, dass Sie sich daran noch... Ja? Wollen wir dann mal? Ja. Die Lage, die Lage, die Lage. Ich meine, das ist Husum. Auf der Welt leben 7,6 Milliarden Menschen. Jetzt gucken Sie mal raus. Gucken Sie mal raus. Gucken Sie mal, wie viele von denen hier leben wollen. Das sagt doch alles über diese Stadt, nicht wahr? Eine Frage habe ich noch. 50.000 sind geboten, das ist ein Toppreis für dieses Kaff. Was wird da eigentlich gebaut? 50.000 ist ein Toppreis. Hier, hinter. Nee, da vorne. Ah, ähm, ah. Das große Gelände, das hier an das Grundstück anschließt. Also, ähm, Klinikum. Hm? Das neue Husumer Klinikum. Ja, ja, ja. Oh, dann bleibe ich noch ein bisschen, ne? Da kommt doch bestimmt noch ein anderes Topangebot. Was meinen Sie, hm? Ja, ja, ja. Mmh, hm, hm, hm. Das war's. Das war's.